Trani, im Altertum Turnum, ist eine süditalienische Hafenstadt in der Region Apulien, Provinz Barletta Andrea Trani mit 56.217 Einwohnern. Bis Ende 2007 war die Stadt Bestandteil der Provinz Bari. Geschichte Trani erscheint erstmals als Turnum auf der Tabula Poitingeriana, der Kopie eines antiken römischen Itinerarium aus dem 13. Jahrhundert. Die ersten Spuren einer städtischen Besiedlung reichen zurück ins 9. Jahrhundert nach Christus. Das Gebiet wurde nach dem Ende des römischen Reichs von Langobaden erobert und gehört danach zu Byzanz. Zwischen 1010 und 1018 gab es unter der Führung von Meloda Bari mehrmals Aufstände gegen die byzantinische Herrschaft. 1063 erließ Trani die Ordinamente e Constituto Meris in den erstmals für den Raum, der nicht unter byzantinischer Herrschaft stand. Eine Art Seerecht kodifiziert wurde. Mit der Eroberung Süditaliens durch die Normanen und nach 50 Tagen Belagerung durch Robert Geisgat wurde Trani 1073 Teil des Normanenreichs. Seit dem frühen Mittelalter entwickelte sich Trani zu einem der wichtigsten Häfen Süditaliens für den Handel mit dem Orient. Die hoch- und blühte Zeit Trani lag in der Zeit der Kreuzzüge im 12. und 13. Jahrhundert, als Kreuzfahrer und Kaufleute vor allem von Bari und Trani aus in das Heilige Land fuhren. Davon zeugt die Kathedrale, die einzigartig unmittelbar am Meer gelegen in die Ferne weist. Von 1495 bis 1509 war Trani unter venezianischer Herrschaft. König Ferrante I. Hatte die Stadt an die Serenissima verpfändet, um damit einen Feldzug gegen die Franzosen zu finanzieren. Zu den verpfändeten Städten gehörten neben Trani auch Otranto, Monopoli und Polignano. Die Stadt ist Mitglied der Sittoslov. Einer 1999 in Italien gegründeten Bewegung zur Entschleunigung und Erhöhung der Lebensqualität in Städten durch Umweltpolitik, Infrastrukturpolitik, urbane Qualität, Aufwertung der einheimischen Erzeugnisse, Gastfreundschaft, ökologisches Bewusstsein und landschaftliche Qualität. Seit 2008 ist Trani eine der drei Hauptstädte der neu gegründeten Provinz Barletta Andrea Trani. Das Wunder von Trani Eine in Trani aufgestellte Stähle mit den Namen von 54 jungen Männern des Ortes und mit dem des Oberleutnants der Wehrmacht Friedrich Kurz, erinnert an den Zweiten Weltkrieg und speziell an den 18. September 1943. Damals, wenige Tage nach dem Seitenwechsel Italiens zu den Alliierten, am 8. September wurden fünf deutsche Soldaten aus dem Hinterhalt erschossen. In einem Dokumentarfilm Das Wunder von Trani, der 2012 erstmals im deutschen Fernsehen gesendet wurde, wird von drei überlebenden Zeitzeugen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einige englische und kanadische Soldaten am Friedhof von Trani einen Hinterhalt gelegt hatten. Die fünf deutschen Soldaten befanden sich in einem Militärfahrzeug auf dem Rückweg von Trani ins benachbarte Barletta. Die regionale Wehrmachtführung nahm an, dass nur die italienische Widerstandsbewegung für die Tat infrage kam und ordnete die Erschießung von zehn italienischen Zivilisten aus Trani für jeden getöteten Soldaten an. Auf dem Marktplatz von Trani, heute Piazza della Repubblica, wurden am 18. September 1943 vierundfünfzig Männer zusammengetrieben, die dann auf ihre Erschießung warteten. Die Anspannung aller Beteiligten wurde noch durch die Flucht einer Geisel gesteigert. Mehrere Frauen wandten sich in dieser Situation an den Bürgermeister von Trani und den dortigen Erzbischof, die mit dem Oberleutnant verhandelten. Als Ergebnis der Verhandlungen wurden die Geiseln am Nachmittag freigelassen und die Erschießung unterblieb. Friedrich Kurz wurde nicht wegen Befehlsverweigerung belangt, sondern nicht mehr befördert und vermutlich an die Ostfront versetzt, wo er sich ebenfalls Erschießungskommandos widersetzt haben soll. Er gilt als ein Beispiel dafür, dass Zivilcourage und Befehlsverweigerung auch während des Zweiten Weltkriegs möglich war. Friedrich Kurz lebte bis zu seinem Tod 1993 in der Pfalz. Der Bürgermeister Giuseppe Papolla und der Erzbischof Francesco Petronelli wurden vom italienischen König Victor Emmanuel III. am 18. Oktober 1943 auf dem Marktplatz in Trani mit der silbernen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Berühmte Persönlichkeiten Aus Trani stammen der mittelalterliche Kanonist Goffredos de Trano, der jüdische Gelehrte Jesaja Ben Molli di Trani, der Erzbischof von Otranto Vincenzo Franco und der Radiomoderator und Sänger Leonen di Lernia. Die Sehenswürdigkeiten Zahlreiche historische Bauten in Trani, wie beispielsweise die Kathedrale, sind aus dem Naturstein mit der heutigen Handelsbezeichnung Trani erbaut worden. Dieser helle und rötliche Naturstein gibt der Stadt ein deutliches Gepräge. Trani wird heute noch in der Umgebung der Stadt in mehreren Steinbrüchen gewonnen und europaweit vertrieben. Castello Normano es Vivo, ein Bau Friedrichs II, von Hohenstofen, errichtet ab 1233 und vollende 1249. In dem Castell heiratete Friedrichs Sohn Manfred seine zweite Frau, Helena Dukas. Unter der Herrschaft der Ange wurde das Castell nach Plänen des französischen Militärarchitekten Pierre d'Angicotte erweitert. Kaiser Karl V. ließ 1533 dk-Sekunden Castell wegen der Fortschritte in der Waffentechnik, insbesondere wegen der Feuerwaffen, ausbauen und befestigen. Und zwar sowohl auf der See als auf der Landseite. Zwei vorhandene Ecktürme wurden zu Bastionen ausgebaut. Zwischen 1586 und 1677 war die Festung Sitz eines königlichen Gerichtshofs. Torre dell'Orologio Der Uhrenturm wurde 1473 von der Commune neben dem Campanile der Kirche San Donato errichtet und ist der zweithöchste Turm der Stadt. Er ist eines der seltenen Beispiele einer öffentlichen Uhr im Königreich Neapel. Palazzo Caccheta Der Palast in den Formen der venezianischen Gotik mit normanisch inspirierter Ornamentik wurde zwischen 1451 und 1456 von dem aus Trani stammenden Kaufmann Simone Caccheta erbaut. 1495 bis 1509 war er Sitz der venezianischen Verwaltung Tranes. Ab 1642 diente der Palast den Karmelitern als Kloster. Punkt. Kloster und Kirche S. Maria di Colonna Gelegen auf dem Capo Colonna etwa zwei Kilometer entfernt vom Stadtzentrum. Das Kloster wurde 1068 von Benediktinern gegründet und 1427 bis zu seiner Profanierung 1867 von Franziskanern bewohnt. Die Kirche ist eine dreischiffige Pfeiler-Basilika mit einem Campanile aus dem 13. Jahrhundert. Punkt. Kathedrale San Nicola Pellegrino, Doppelkirche mit Halen Krypta. Die Cisadi Ognisanti, das sogenannte Templer Hospiz, soll nach der Tradition in der Mitte des 13. Jahrhunderts von dem Orden der Templer errichtet worden sein, eine These, die bisher nicht sicher durch Quellen belegt werden konnte. Punkt. Wie in der Historia Translationis Sancti Nicolae Peregrini, des Diakono Armado, Bischof von Biskegli, berichtet wird. Unterhielten die Templer jedoch bereits vor 1153 in Trani eine Niederlassung. Trani war für die Ritterorden ein wichtiger Stützpunkt auf dem Weg in den vorderen Orient und nach Jerusalem. Neben der Kirche befand sich ein Hospiz für Jerusalem-Pilger. Die Ostfassade der Kirche mit den drei halbkreisförmigen Abseiten ist auf den Hafen ausgerichtet. Der dreischiffigen, vierjochigen Basilika ist ein geräumiger Portikus vorgelagert, in dem sich drei Portale in den Innenraum öffnen. In der Lünette über dem Hauptportal befindet sich ein romanisches Relief mit der Darstellung der Verkündigung. San Domenico, am Stadtpark gelegene Kirche. Die 1763 von den Dominikanern nach Abbruch der bis ins 13. Jahrhundert zurückgehenden Kirche Santa Croce errichtet wurde. Nur der Kampanile des Vorgängerbaus ist noch erhalten. In der Kirche befinden sich repräsentative Grabmäler von Adelsfamilien aus Trani, wie den Philangerie Antonacci und Palumbo. Punkt. Die Kirche Bita Virgin del Tamain, direkt am Hafenbecken gelegen, wurde 1600 auf Resten der verfallenen Kirche San Giovanni della Penna errichtet. Punkt. Der neuklancizistische Kampanile wurde 1863 nach einem Entwurf von Giuseppe Monetti errichtet. Die Kirche San Rocco wurde während der Pest von 1528 von dem venezianischen Geschäftsträger der Stadt Vittorio Super Anzio gestiefertet. Punkt. In der Kirche befindet sich eine farbenprächtig gefasste Skulptur des pestheiligen Rochos von Montpellier. Der originale Kampanile wurde 1910 abgerissen und durch den heutigen Uhrenturm ersetzt. Synagoge Ascolanova. Die Synagoge befindet sich im ehemaligen jüdischen Viertel am Hafen und in Nachbarschaft des Kastells von Trani. Das jüdische Viertel Tranes war kein Ghetto, sondern offen und zugänglich. Nach der Vertreibung der Juden unter der spanischen Herrschaft im 17. Jahrhundert wurde der Bau als christliche Kirche mit dem Namen Santa Maria di Skolanova verwendet. Seit 2005 dient sie den jüdischen Einwohnern Tranes wieder als Synagoge. Punkt. Die Villa Kommunale ist der am Meer gelegene Stadtpark von Trani. Der Park mit mediterranen Bäumen, Alleenbrunnen und Wasserspielen wurde auf einem Gelände errichtet, das der Stadt 1823 von der Familie Antonacci gestiftet wurde. Der Park ist mit Denkmälern, Skulpturen und antiken Fundstücken ausgestattet, darunter sechs Meilensteine der antiken Via Traiana. Punkt. Verkehr. Die Stadt hat einen Bahnhof mit regelmäßigen Verbindungen nach Bari und Foggia. Von Trani nach Neapel verkehren Busse, da die einzige Bahnverbindung über Benevent und Keisata führt. Ferner verkehren Busse nach Andrea. Ferner verkehren Busse, da die Stadt, 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 die